hallo meine freundes gepflegt in der space und herzlich willkommen zurück zu let's play the other worlds. wir haben einige aufgaben jetzt irgendwie offen besonders auf monarch und ich finde es ein bisschen schade dass ich nicht alles aktiv setzen kann suchen attacke nieder in amber heights redkirch du suche sublights liefert tunnel wo ist denn das karte okay damit kann ich doch was anfangen so keine ahnung warum kann ich nicht einfach mir alles anzeigen dass auf karte anzeige guck mal da und da und da und da und da warum kann ich immer nur ein auftrag ist doch kacki paki auftrag zu spread könige ich glaube das upgrade gerade hatte richtig viel gebracht ich glaube das hat richtig viel gebracht alleine den ersten schuss die ich da abgesetzt habe für 400 oder so da würde ich sagen lübte der hase aber richtig wund war das alles die vier gegner ich finde es schade dass ich die nicht ausziehe wenn ich deren rüstung nehme er ist einfach immer so sonst so ist es hier wurde ich jetzt ja ja es war eine coole aufgabe auf jeden fall und eine sehr schnelle ich glaube wir sind jetzt auch die dritte oder vierte folge schon hier in dem freizeitgebiet im freizeitgebiet bayer bayer ... in meinen Sprat-Karrieren. Ich würde es lieben, wenn es etwas krank ist. Siehst du, wie diese Statement frei ist? Ich bin mehr als eine Mantis-Warm. Und bereit, jemanden zu beitzen. Willst du deinen Cut? Du holst mir den Rest meiner Drugs. Nein, egal, was es braucht. Hast du die Goods? Weil ich weiß, dass du nicht mein Zeit wachst, sonst... Wink. Wink. Oh, ja! Au! Was... Was war das denn? Wink. Zwingt er mir noch einmal zu. Wink. 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 Was wäre er denn jetzt? Peratron? Iiiiiiii... Iiiiiiii... Du widerliche Stück Scheiße! Du absolut widerliches Stück Abfall. Das war anscheinend immer noch nicht alles. Hä? Wir haben hier einen Kothaufen, den haben wir geplündert. Wir haben hier einen Kothaufen, den haben wir geplündert. Hier haben wir keinen. Den hatten wir noch nicht. Was haben wir alles? Ja, das ist immer nicht fertig. Hä? Hä? Da die toten Tiere in den Subline die Wartung nur ungefähr die Hälfte von der ersten Spread Kurierin ausmachten, müssen sich die restlichen Spreads irgendwo in Fallbrook befinden. Und finde sie. Linkes Ohr habe ich eingehört. Spread Kurier. Ich darf jetzt wirklich durch Fallbrook laufen und Spreads jagen oder was? Ist das euer fucking ernst? Ist das euer fucking ernst? Weil ich nach wie vor finde, dass der große Spread irgendwie süß war. Wir haben hier ja uns noch eine Mod geholt gehabt, ne? Warum kann ich das nicht darauf modden? Hm, schade. Rüstungs Mod Fähigkeit. Ja sowas haben wir uns ja eben schon geholt. Warum können wir das ja nicht drauf machen? Sehr merkwürdig. Ja, ist halt jetzt die Sache, ne? Ich denke mal, dass eigentlich alles hier hätte drin sein sollen. So. Weil sonst würden die Kackehaufen und der große Spread keinen Sinn ergeben. Plus, dass in dem Spread Scheißhaufen halt alles drin war. 1, 2. Sag ich doch. Bindelieferwissen Spread Kurier. Okay, jetzt zum nächsten zurück. Ach Gott. Widerlich. Absolut fucking widerlich. Widerlich. Nimm den Irland. Du was es ist, dass ich genau wer weiß. Und wo er ihn finden kann. Widerlich. Vertrin nicht bereits tot. Er wird zu sein. Ich lebe dir, dass ich diese Security zu meiner Meinung bringe. Wie gesagt. Ich bin klärt. Plus ein bisschen extra. Ich zeige mich herzlich. Jetzt, wenn du nichts anderes brauchst, muss ich ins Inventory meine Goods gehen. Was steht dir jetzt als nächstes an? Tagebuch Du hast Vorburg erreicht, dass sich ungefähr auf der Hälfte des Weges zur Station befindet. Du musst dich weiter nach Westburg gehen, bevor du den Berg hin aufsteigen kannst. Falls Schwacker need him seine Reisewege, er glaubt seine Mutter sei dort ist. Die Ikonoklasten von Mundnarch. Ich habe hier einmal heizen hier gelassen. Im MSI Gebäude gearbeitet. Das Opfer trug ein Wettbeleg. Er begibt sich zu Clive Lambergs Büro in der C&P Fabrik. Das geheime Kämmerlein. Velma Ballard war Bruxens vorgesetze. Wie ihr seht ihr, was mit dir passiert ist. Ein verlassenes Labor in Cascadia beherbergt einen großen Pfad an Altar. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Da können wir schnell reisen. Und wo ist das andere? Äh, Karte? Okay, wir sind gerade hier, ne? Ja. Ne, hier sogar. Alter, wir haben gerade nur die Hälfte des Weges zurückgelegt. Äh, weil wir jetzt gerade auch nicht mehr so viel Zeit in der Folge haben. Wobei, ich sehe gerade eigentlich, äh, passt das schon. Machen wir jetzt hier einen Aufnahmestopp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge, äh, wir werden die Aufgabe abgeben. Ähm. Bleibt also gespannt. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, aber... Hau da erstmal rein. Bis bald.